Hallo liebe Zuschauer, hier ist Kjörn Hartmann von Bandtime Auerbach. Ich habe jetzt ein Star-Interview von meiner Lieblingsband Culture Candela. Johnny Strange hier, ich representiere den Culture Candela Group. Und da habe ich jetzt mal ein paar Fragen. Als allererstes, wer bist du denn genau von Culture Candela? Wie schon gesagt, Johnny Strange ist mein Name. Ich bin einer von den aktuell vier Mitgliedern von der Band. Und ihr macht eine sehr gute Musik, finde ich. Und euer Song, was mir am besten gefällt, ist das Berlin City Girl. Das ist glaube ich 2009 oder 2010 rausgekommen. Das kann sein, ja. Ich weiß nicht auswendig. Ah ok. Aber das ist so mein Lieblingssong von eurer Band. Ok, das tut mir leid. Und ich habe da jetzt mal eine Frage, weil ich bin Hobbymusiker. Und von euch gibt es ja so jede Menge instrumentale Lieder, wo man auch runterladen kann. Und ich mache das Hobby-mäßig und mache da auch eigene Texte draus. Und bin jetzt auch dieses Jahr schon für zwei Festivals gebucht worden. Und da wollte ich mal fragen, ob ich mir von dem Song Berlin City Girl, ob ich mir das runterladen darf und da so eigene Texte draus machen darf. Ja klar, hau rein Digga. Ok. Mach einfach. Auf jeden Fall freut es mich sehr. Und ich werde auf jeden Fall auch zu jedem Konzert, wo hier in der Region von euch ist, auch dann zu euch kommen. Und ich habe ja auch schon gehört, dass von euch auch Konzerte in Darmstadt bei Schlosskampfest aufgibt, habe ich schon gesehen. Genau, da haben wir das gespielt, war mega geil. Ajo. Und alle, die nicht da machen, kommen nächstes Mal vorbei. Ajo. Schöne Grüße, ja. Ja. Viel Spaß, ja. Und viel Erfolg. Bad Job. Danke.